Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 57.400 US-Dollar. Wir haben einen bearischen Start in September, genauso wie wir es eigentlich erwartet haben. Ich rechne auch noch mit, ehrlich gesagt, noch ein bisschen tieferen Kursen. Ich habe ja letzte Woche Freitag, glaube ich, schon mal so angekündigt, dass diese Woche sehr, sehr entscheidend werden könnte. Nicht unbedingt news-technisch, sondern eher so generell für den Start in den September. Wir werden uns das jetzt auf jeden Fall alles mal ein bisschen genauer angucken. Wir werden gucken, was unsere Trades machen, welche Trades wir möglicherweise heute oder morgen oder im Laufe dieser Woche auf jeden Fall noch eingehen können. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das alles traden könnt, wo ihr Spot kaufen könnt oder sonst irgendwie sonst was machen könnt, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt wieder ordentlich Bonis für euch abzustauben. Und wenn ihr eure User-ID in den Kommentar schreibt, seid ihr automatisch beim Gewinnspiel dabei. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, beziehungsweise ins Video. 57.400 US-Solar traden wir momentan. Das heißt natürlich auch nach zwei Take-Profits von unserem Bitcoin-Long, der hier unten getriggert wurde, ist hier drüben, sorry, nicht da unten, sondern hier oben, ist unsere Position jetzt ausgestoppt worden. Leider ist so. Wir sind weiterhin hier in dieser grünen Box, sage ich jetzt einfach mal, die unseren Support noch ein bisschen darstellt. Ich habe ja eigentlich, und das war ja unser Plan jetzt zur Woche, gehofft, dass wir zumindest nochmal in Richtung 61.400 hier hochgehen, um die Ineffizienz zu füllen. Wir sind leider nur auf 61.100 US-Solar gekommen. Das heißt, wir haben leider nicht noch einen zweiten Short-Trade aufmachen können. Ist gut, passiert jetzt für den September. Leider, aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen genauer abwarten. Ich habe euch gestern mal noch in der Telegram-Grube gefragt, wie ihr eingestellt wird für den September. 46 zu 54 Prozent, die meisten sind eher bearish, aber es ist jetzt keine wirklich aussagekräftige Ding, wo ich jetzt sagen würde, boah, okay, die meisten sind jetzt bullish oder die meisten sind bearish. Das ist ziemlich ausgeglichen, was mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen wundert. Aber egal, momentan haben wir eine kleine Bullish-Divergence hier auf dem 1-Stunden-Timefilm momentan hier vorliegen. Wir gucken uns das Ganze auch nochmal auf dem 4-Stunden-Timefilm an. Dort sieht es ähnlich aus, also höheres Tief im RSI, tieferes Tief im Chart. Grundsätzlich erstmal jetzt für den Wochenbeginn eigentlich relativ bullish. Was mich nur eben stört, ist eben, dass ich sowieso ein bisschen bearish gerade eingestellt bin, was so die Kurse derzeit für den September ein bisschen anbelangt. Und weil wir unseren Support hier schon ziemlich ausgegrenzt haben, die nächsten Steps wären hier unten wirklich die 56.000 bzw. 54.000, wo wir dann jetzt nochmal abfallen könnten. Heißt jetzt nicht, dass wir aufgrund dieser Divergenz, die wir jetzt hier haben, auch wenn das Volumen sehr, sehr schwach ist momentan im 4-Stunden- und vor allem auch im 1-Stunden-Timeframe, dass wir jetzt nicht nochmal eine Erholung sehen können. Diese Erholung wird sich dann zeigen, wie hoch die geht, weil im Endeffekt, wenn wir mal hier das FIP-Level ziehen, wären so die nächsten Ankerpunkte, würde ich jetzt mal behaupten, 59.800 US-Dollar. Vor allem, weil wir hier, wenn ich jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen reinzoome, reinzoome, jetzt am Wochenende auch immer wieder abgelehnt wurden, immer wieder hier die Wicks reinbekommen haben. Wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz, die auch noch nicht gefüllt würde. Also das wäre nochmal für uns, sollten wir hier oben abgelehnt werden, zwischen 59.700 und 60.000 US-Dollar nochmal so dieser Punkt, wo wir überlegen könnten, nochmal einen neuen Short-Entry einzugehen, um dann möglicherweise in Richtung 55.000 US-Dollar abzuverkaufen. Long-Trade gehe ich heute ehrlich gesagt nicht rein, weil ich jetzt erstmal den Montag abwarte. Wir haben einen neuen Monat, es ist sowieso Montag, Montag oft falscher Move, der dann im Endeffekt am Dienstag und Mittwoch wieder abverkauft wird oder möglicherweise dann auch weiter aufgepumpt wird, je nachdem, in welche Richtung wir gehen. Deswegen werde ich heute nicht in irgendwelche überstürzten Long-Positionen reingehen. Schade, dass unser Ritz zu ist und wir keinen Short-Trade offen haben, aber es passiert jetzt nochmal so, ist halt so, kann man nicht ändern. Aber für den heutigen Tag würde ich da das Ganze erstmal ein bisschen langsam angehen lassen. Für mich sollten wir jetzt heute wirklich einen Pump sehen, einen großen Pump sehen. Wäre es immer noch wichtig, hier oben eigentlich die 62.000 beziehungsweise ab 61.500 bis 62.200 US-Dollar, das ist die große Short-Zone, die hier oben bei knapp 60.000 US-Dollar. Da müssen wir uns wirklich ganz genau überlegen, ob wir da reingehen, weil wie gesagt, wir haben darüber noch eine Ineffizienz, wir haben hier oben eine große Volumenamsammlung, da wäre ich etwas vorsichtig. Ansonsten Long-Trade für mich erst wieder eigentlich dann hier unten, das sind die zwei Zonen, einmal hier, beziehungsweise das ist die große Box, muss man aber dann auch ganz genau beobachten. Für mich wäre es persönlich, ehrlich gesagt, besser, wenn wir ins Golden Pocket hier runter bei 55k gehen. Dieser Wig könnte nur ein Katalysator dafür sein, dass wir einfach nochmal tiefer gehen, Richtung 54.000 beziehungsweise 55.000. Ja, Ethereum, im Endeffekt das gleiche Spiel. Hier sind wir ja sowieso nicht in den Long-Trade reingegangen, der Short-Trade wurde auch hier nicht abgeholt. Im Endeffekt das gleiche Spiel wie bei Bitcoin momentan. Wir haben auch noch keinen doppelten Boden, das heißt, dieser Wig hier unten wurde auch noch nicht abgeholt, was auch wiederum heißt, dass wir unsere Box, die wir hier unten eingezeichnet haben, auch weiter rüberschieben. Das heißt, hier kommen wir möglicherweise sogar eher in einen Long-Bereich als bei BTC. Aber wie gesagt, der Blick muss natürlich auch weiterhin bei BTC liegen, kriegen wir bei BTC einen kompletten Abverkauf, brauchen wir hier unten auch nicht Long gehen. Vor allem, weil das Risiko bei Ethereum meiner Meinung nach sogar nochmal ein bisschen höher ist, weil ihr seht hier drüben am linken Bildschirmrand die Wigs vom 5. August, wo wir unseren totalen Abverkauf hatten, da kann es locker nochmal Richtung 2100 beziehungsweise 2070 US-Dollar runtergehen. Das heißt, das wäre die einzige Long-Area, die ich jetzt sehen würde, für einen potenziellen kurzfristigen Long-Trade, bevor wir hier runter in Richtung 2070 beziehungsweise 2100 US-Dollar abverkauft werden. Also hier kurz und knappe Analyse. Hauptding ist Bitcoin. Nächstes dann Ethereum, aber da müssen wir wie gesagt auf Bitcoin dann achten. Es wäre grundsätzlich charttechnisch besser, wenn wir hier den doppelten Boden kriegen, dann hier hochgehen in Richtung 2660 US-Dollar und dann den nächsten und möglicherweise dann auch finalen Abverkauf irgendwann dann im September kriegen, bevor wir dann möglicherweise im Oktober bullisch werden, auch wegen den Wahlen in den USA, die dann langsam in die Endphase reinkommen sollten. Das ist jetzt erstmal nur so eine kurze, grobe Analyse, aber das wäre momentan so die Trade-Möglichkeit, die ich jetzt in heute möglicherweise oder morgen dann für uns bei Ethereum sehen würde. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Gold wurde ja weiter abverkauft, hat leider nicht unseren Short abgeholt. Stört mich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Da gehen wir aber mal in den 1-Stunden-Time-Film, damit man es ein bisschen besser sieht. Das war der Plan. Wir sind nicht mehr ganz hier hochkommen in diese Shortbox beziehungsweise haben diese Hochpunkte nicht mehr abgeholt. Momentan sieht es ein bisschen nach Abverkauf aus. Warten wir hier mal noch ein bisschen ab. Ich bleibe dabei, dass wir hier oben diese ganze Liquidität, die sich hier oben angesammelt hat, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wigs, die sich hier oben auf dem 1-Stunden-Time-Film angesammelt haben, dass wir die früher oder später noch holen, vor allem auf dem 4-Stunden-Time-Film. Sieht man es nochmal ein bisschen besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wigs auf 4-Stunden-Time-Film. Die sollte sich der Markt zumindest noch holen, bevor wir hier wirklich einen größeren Abverkauf sehen. Das heißt, ich bleibe dabei, sollten wir hier vorher nochmal runtergehen ins Golden Pocket, wäre das nochmal eine Long Area für uns, die könnten wir dann nochmal nutzen. Aber grundsätzlich bleibt diese Shortbox hier oben erst einmal für mich bestehen. Gehen wir rüber zum DAX. Das wird heute meiner Meinung nach sehr, sehr interessant werden. Ich bin hier absolut dabei, das Ding zu shorten. Ich warte jetzt noch das Opening ab, bin ich ehrlich. Ich habe es ja am Freitag schon gesagt, es könnte jetzt auch sein, dass ich diesen Freitag jetzt noch bereue. Ich habe am Freitag gesagt, dass wir auf Montag warten. Eventuell war das ein Scheiß-Move. Dadurch, dass wir September schon haben, Kryptomarkt schon ein bisschen abverkauft ist, müssen wir da extrem vorsichtig sein. Dass uns das Ding jetzt nicht heute entgleitet, aber für mich ist das ein klares Short-Ding. Ich möchte hier Short gehen. Wir haben massive Divergenzen. Das können wir auf den 1-Stunden, auf den 4-Stunden, wir können uns das Ganze auch mal ganz kurz auf den Daily angucken, wie es da aussieht. Sieht auch nicht wirklich besser. Auch hier haben wir eine Bearish Divergence, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier noch ein bisschen im RSI deutlich mehr Potenzial nach oben hin haben. Aber die kleineren Timeframes sagen eigentlich normal, alle Shorten, das Ding Shorten diesen Move nach so einem starken Aufwärtstrend. Also da ganz, ganz wichtig werde ich das heute im Auge behalten. Das ist einer der Trades, den ich auf jeden Fall eingehen möchte. Und nicht nur den, sondern auch S&P 500. Da warte ich aber ehrlich gesagt auch noch heute Nachmittag drauf, dass wir noch ein neues All-Time-High kriegen, möglicherweise. Das möchte ich eigentlich noch. Auch hier geht es natürlich darum, dass wir, nee, ich wollte auf den Daily-Timeframe, dass wir hier noch eine Divergenz reinkriegen. Auf den Daily. Da hätten wir wirklich auch multiple Timeframes, wo wir sagen können, okay, alles Short-gerichtet, beziehungsweise alles mit einer Bearish Diversion und sinkendem Volumen. Das würde alles sehr, sehr gut passen. Das heißt für mich, DAX, S&P 500, möglicherweise Dow Jones und Nasdaq sollten alle meiner Meinung nach geschortet werden. Wir werden nicht alles machen. Da geht es natürlich auch einfach ein bisschen darum, das Risiko ein bisschen zu minimieren. Aber ich werde auf jeden Fall DAX und SPX, sollten wir ein All-Time-High kriegen, auf jeden Fall shorten. So, last but not least. Unsere Forex-Trades laufen weiterhin. Zwei Take-Profits überall geholt. Also Euro gegenüber US-Dollar, zweiter Take-Profit, plus euro, äh, ne, britisches Pfund gegenüber US-Dollar, auch zweiter Take-Profit. Also diese zwei Trades laufen weiterhin. War eine erfolgreiche Woche letzte Woche, nachdem Bitcoin eigentlich die Moves gemacht hat, die wir gewollt haben. Jetzt warten wir mal ab, wie diese Woche läuft. Auch hier müssen wir aber natürlich dazu sagen, ähm, Euro, könnten wir dann im Laufe der Woche möglicherweise sogar noch einen Long-Trade eingehen. Vor allem, wenn wir uns mal hier die Ineffizienzen angucken, beziehungsweise hier die Marke von 1.10, die natürlich auch psychologisch sehr, sehr wichtig ist, könnten wir uns einen Long-Trade überlegen. Aber mehr dazu dann im Laufe der Woche. Müssen wir natürlich schauen, was die Märkte heute machen. Aber es würde sehr, sehr interessant werden, was heute und morgen, denke ich, passiert. Also, damit solltet ihr gewappnet sein für die kommende Woche, beziehungsweise, was heißt für die kommende Woche, für den heutigen Tag. Schauen wir mal, was passiert. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abbo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann, ähm, ja, morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Telegram-Gruppe joinen. BingX abchecken, wenn ihr eine Börse sucht. Und dann war es das von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto.